So, hier haben wir Spuren. Diese Fußabdrücke gleichen denen, die wir vor der Tür entdeckt haben. Was haben wir hier noch? Den Koffer und hier nochmal Spuren. In dieser Pfütze liegen Scherben eines großen Glasbehälters. Der Mann, der die Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen hat, muss bei seiner Flucht hineingetreten sein. Das müssen die Fußabdrücke von Squibby sein. Er hat Tumblety geschlagen, woraufhin dieser einen seiner Glasbehälter fallen gelassen hat. Und er ist nach draußen gerannt. Elementar, Holmes. Perfekt, Watson. Wollt ihr euch jetzt mit Catchphrases überbieten, oder wie jetzt? Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Dieser Verriegelungsmechanismus sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Was denken Sie, Watson? Sehen Sie, Holmes, das sind die Namen der Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. Okay, ich glaube, jetzt muss ich erstmal meine Unterlagen dann durchgehen. Verstehe ich nicht, wie Sie in diese Lage geraten sind. Ihre leidenschaftlichen Diskussionen über die Rechtmäßigkeit dieses Krieges hätten mehr als nur einen überzeugen sollen. Ich erinnere mich immer noch daran, wie Sie ihn bei diesem Treffen imitiert haben. Sie haben sich in der typischen Pose hingestellt und gerufen, Wicksburg ist der Schlüssel. Der Krieg kann kein Ende finden, bis wir diesen Schlüssel in der Tasche haben. Wir haben alle geklatscht. Selbst Lincoln höchstpersönlich hatte ihn wohl applaudiert. Er hätte ihn wohl applaudiert. In jenen dunklen Tagen gab es nur selten etwas zu lachen. So viele Tote. Und dann auch noch unser geliebter Präsident. Er mordet von diesem Feigling, ließ er sein Leben ganz wie die toten Soldaten beim Sieg von Gettysburg. Die tapfer fielen, damit wir am nächsten Tag tatsächlich den Wicksburg-Schlüssel in der Tasche hatten. Auch wenn es dann noch sehr lange gedauert hat, bis der Feind 1865 im Apomettox-Kurthaus die Kapitulation unterzeichnete. Okay, ich sollte mir hier wohl Notizen machen. Habe ich hier irgendwo einen Zettel? Da habe ich einen Zettel. So, jetzt rede ich natürlich, während ich mich wegdrehe, was sehr, sehr schlau ist. Also, Lincoln war die Konfederierten, glaube ich. War das die Konfederierten? Die Südstaaten und die Konfederierten, ne? So, Sieg Gettysburg. So, Gettysburg hat einen Sieg. Und dann plus ein Tag war Sieg in Wicksburg. Alter, was für ein schlechter Name im Deutschen klingt dieser Name so verkehrt. Wicksburg, das ist, auf Gottes Willen, 1865, Apomettox, Apomettox, gut. Gut. Oh, wirst ein Jener huscht mir dann doch durch. Lieber Francis, ne, lieber, lieber Charles. Lieber Francis, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ich fühle mich schrecklich, wenn eine Fortsetzung unserer Beziehung sowohl meine Ehe als auch meinen Ruf gefährden würde. Daher muss ich wieder zu der Art von flüchtiger und körperlicher Liebe zurückkehren, bei der man sich mit ein paar Münzen für die jungen Männer immerhin Frieden und Anonymität sichert. Die Gefühle, die ich mehr und mehr für dich hege, machen mir Angst und ich möchte dieser Leidenschaft lieber nicht folgen, weil ich fürchte, dass sie mich sonst in Gänze verschlingt. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder an einem der Orte, wo sich solche Männer wie wir treffen. Ich weiß, dass du diese Orte oft besuchst. Du verheimlichst ja nichts. Was mich angeht, so denke ich, dass ich mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Töchtern verbringen werde, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und ich hoffe, dass ich unsere leidenschaftlichen Begegnungen für immer vergessen kann. Liebe Wohl, Charles. Und dann haben wir hier einen Brief, der auf jeden Fall eine Handschrift eines wahnsinnigen Mörders haben könnte oder darstellen könnte. Mein lieber Francis, völlig ungeachtet unserer gemeinsamen Vergangenheit schreibe ich dir heute als ein Freund. Durch einige Bekannte habe ich von deinem neulichen Problem mit dem Gesetz erfahren. Du solltest vorsichtiger sein. England kann man in keinster Weise mit dem wilden Westen vergleichen. Aber auch hier lebt man nicht immer ungefährlich. Deine Neigung für junges Gesinde wird dir noch irgendwann große Probleme bereiten. Egal ob nun im Gerichtssaal oder in einer dunklen Seitengasse. Ein Mann deiner Klasse und deines Vermögens muss sich nicht in schäbigen Schuppen aufhalten und seine Waffe überall mitnehmen. Um Partner zu finden, muss man keine Gewalt anwenden. Außer man mag diese Gewalt. Gewisse Kreise, in denen wir früher verkehrt haben, stehen dir immer noch offen. Nutze diese gesunde und anständige Gesellschaft anstatt dich mit diesen armen Burschen zu erniedrigen. Und oh Gott, wirf diesen unsäglichen Koffer weg. Wer weiß, was die Leute, denen du seinen Inhalt stolz präsentierst, darüber denken und sagen. Der Mann, den du einst geliebt hast. Oh, ich dachte Francis wäre nicht Tumble T, aber Tumble T ist Francis. Oh, das waren zwei Briefe an Francis. Der Größe nahe zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. So, jetzt ist die Frage. Wir haben... Mal sehen. Fünf Verriegelungen mit jeweils einer sechsstelligen Zahlenkombination. Ja. Oh, das sind zu wenig Hinweise. Um Gottes Willen. Gettysburg und Wicksburg sind nur ein Tag auf jeden Fall auseinander. Wir haben aber hier keine Daten, die nur ein Tag auseinander liegen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir das aufkriegen können. Ich habe nicht alle Informationen. Okay, wir müssen den aufkriegen. Wie geht es weiter, Holmes? Das wüsste ich auch gerne. Das Problem ist, wir haben... Wir haben diesen Brief, aber... Post- und P 어�ine ausbreiten. Jetzt bin ich irgendwie näher aus. Oh. 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 Ich weiß nicht, wie aus diesem Brief die, wie ich da die Informationen ziehen soll, um diesen Schrank aufzumachen. Der Größe nach zu urteilen handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Also Gettysburg war ein Sieg auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, Leute, diese Symbole hier. Keine Ahnung, wofür die stehen. Verzammter. Also, tut mir leid, Leute. Da hab ich keinen Schimmer von. Da hab ich keinen Schimmer von. Sieg. Ja. Morgen haben wir den Schlüssel. Ja, um Himmels Willen, aber das... Ah, Moment mal. Englische Zeitrechnung. Ne, doch nicht englische. 17 und 21 sind nicht die Monate. Dann ist es tatsächlich Tag, Monat, Tag, Monat, Jahr. Aber das da ist doch nicht Tag, Monat, Jahr. Das da ist britische Zeitrechnung. 19.12. 4.12. Hier ist es aber eindeutig äh, okay. Ich bin mehr als irritiert. Okay, ne, Leute. An der Stelle mache ich ein Aufnahmepäuschen. Auch wenn das eine doofe Stelle ist, weil... Ähm... Ne, wisst ihr was? Ich mache jetzt kein Aufnahmepäuschen. Ich gucke das nach, weil das ist für mich doch zu abstrus. Das ist für mich einfach zu sinnbefreit. im Sinne von wegen... Wo habe ich denn? Hm. Habe ich... Habe ich schon mal nicht. Ähm... So, dann wollen wir doch mal schauen. Da, da, da. Da. Hups, da habe ich jetzt das Falsche geöffnet. Aber gut. So geht das auch. Hups, habe ich jetzt richtig? Nein, natürlich nicht. Das da brauche ich. So, und jetzt... Äh, so. Muss ich mal ganz kurz die richtige Stelle suchen. Um herauszufinden... Wie das... Hier funktionieren soll. Mit diesem blöden... konfigurierten Dingen da... Also... Ähm... die Schlachten. Die Schlachten. Deine Aufgabe ist es, zu jedem Ort beziehungsweise jeder Schlacht das richtige Datum, die richtige Flagge und den richtigen Hut zu sortieren. Mein Datum fehlt allerdings in der Auswahl unten, denn zwei davon kommen als Schlachten des Bürgerkriegs nicht... Bürgerkriegs nicht in Frage. 1771 war von... vor dem Bürgerkrieg und 1868 war der Bürgerkrieg bereits wieder vorbei. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das stimmt natürlich. Ah, deshalb einen Tag später. Den müssen wir einfach errechnen und... Okay. Okay, das war... klar. Ähm... Die Jahre müssen ohne 18 eingetragen werden. Tag, Monat, Jahr. Die korrekte Lösung lautet... Ja, aber... Wie kommt man denn auf diese Lösung? Jetzt mal ganz ehrlich. Es steht hier die Lösung, die werde ich jetzt so eintragen einfach. Aber für mich ist nicht klar, wie man auf diese Lösung kommt. Also, es ist für mich hier nicht nachvollziehbar, wie man letztendlich... Achso, so funktioniert hier das genau. Wie man auf diese Lösung kommt. Ford Summer. Rote Flagge mit blauem Kreuz auf dem weiße Sterne zu sehen sind. Rote Flagge mit blauem Kreuz auf dem weiße Sterne. Jawohl. Graue Mütze mit gelbem Kreuz obendrauf und schwarzem Schirm. Ähm... Ja, das ist schon korrekt drin. Und da hat es sich schon geöffnet. Das ist ja im Grunde rumprobieren vom Herrn. Also, ganz ehrlich, wie soll man... Wie soll man ohne tatsächlich geschichtliches Vorwissen zum Bürgerkrieg, wie soll man das wissen? Also, man kriegt vom Spiel ja überhaupt keinen Hinweis in Form von irgendwelchen Texten, wo man es rausliest. Die einzige Information ist, okay, ein Tag später ist Wixburg nach Gettysburg und das war's. Also, Leute, tut mir leid. Gut, die zeitliche Einordnung, die hätte man noch, wenn man die chronologisch sortiert, die macht dann insofern Sinn natürlich. Das gebe ich zu. Also, hier einfach zu sagen, der eine Termin oder dass ich einfach jetzt hier von jüngstes Datum nach unten zum neuesten Datum gehe, okay, das kann ich nachvollziehen, das macht Sinn. Aber die Flaggen, die Flaggen und die... Oh, nee, halt. Das ist hier. Die Flaggen und die Hüte Also, da hätte ich keine Ahnung gehabt, wie ich jetzt auf die kommen soll. Also, das ist mir wieder so ein Hanebüchenes Rätsel. Das ist mir echt einfach Hanebüchen. Das ist so ratend einfach. Also, ich hab das Gefühl, das Rätsel sagt mir einfach, rate. Rate so lange, bis du die Lösung hast. Das passt dann schon. So. Was war das jetzt? Blaue Flagge mit großem Bild. Ach so. Und blau mit so, okay. Dunkelgrüner Hut mit breiter Krempe und schwarzem Band. Dunkelgrüner Hut. Das müsste das hier dann sein. Und blaue Flagge mit weißem Stern. Das ist dann doch dieser Hut. So. Dann haben wir das nächste. Grüne Flagge mit Bild, das oben einen blauen, unten einen roten Streifen hat. Ach du Scheiße. Ach so. Okay. Das ist klar. Und grüne Mütze mit schwarzem Schirm. Okay. Hier muss ein blauer Hut mit breiter Krempe sein. Und kräftig blaue Flagge, deren Bild wie ein Kech aussieht. Äh. Oh. Oh. Ich habe vergessen, das Ja einzustellen. Dem Lacken. Ja. Wie soll man da drauf kommen, Leute? Wie soll man da drauf kommen? So, jetzt machen wir ein Aufnahmepäuschen. Denn jetzt habe ich mit offenen Karten gesagt, so, ich gucke die Lösung nach. Mache jetzt ein Aufnahmepäuschen, denn, wie gesagt, ich muss die Folgen ja noch schneiden, rendern, hochladen und Achtung, Gründe, Neune. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Äh, ich hoffe, wir sind bald durch. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass sie sich einen eigenen, ähm, eigenen Schurken als Jack the Ripper ausdenken. Und, oder gab es wirklich Vermutungen eines amerikanischen Arztes? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es Vermutungen nach einem Arzt damals gab, aber, ja gut. Ähm, wir schauen einfach mal. Wir schauen beim nächsten Mal. Wir dürften hoffentlich nicht mehr weit vom Spielfinale entfernt sein. Wobei, das sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Bei welcher Folge war ich aktuell mit Schneiden Folge 20? Ja. In der Regel haben, haben die Spiele 40 Folgen, so. Also, vielleicht kommt auch noch einiges an Arbeit und Spielzeit auf mich zu. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Und ich sage, Cheerio. The King has left the building. The King has left the building. The King has left the building.